Hallihallo Freunde, der NRWO18 hier. Es ist mal wieder Zeit für ein ganz besonderes Video, denn es ist auch etwas ganz besonderes passiert. Und zwar, der liebe User TitanNano21, da ist er, NanoTV, hat mir etwas ganz besonderes gemacht, nämlich eine neue Fanpage. Die gute Nuffelchai ist leider nicht mehr dazu gekommen, deswegen ist sie auch lange brach gewesen, also die Seite, nicht die Nuffelchai. Und ja, der gute TitanNano hat das dann mitbekommen und hat dann gesagt, hey, was soll es davon, wenn ich die eine mache? Das hat er jetzt getan, im Schweiße seines Angesichtes. Ich habe sie jetzt hier schon eingefügt, einige von euch haben es auch schon mitbekommen, weil ich es hier unten in die Kommentare reingeschrieben habe. Aber ich möchte nochmal ein ganz besonderes Video dazu machen, damit es auch wirklich alle sehen, dass es jetzt eine neue Fanpage gibt. Und auch vor allen Dingen möchte ich dem TitanNano hier mit meiner allerhöchste Wertschätzung zuteil werden lassen. Ich möchte mich herzallerliebsten nochmal bei dir bedanken. Und ich würde jetzt auch gerne mit euch nochmal auf die Seite gehen, die sich nämlich hier befindet. Ich finde, sie sieht richtig, richtig geil aus. Ich meine, gut, mein Bild, da hätte man vielleicht drauf verzichten können. Aber, nun gut, mein Hemd passt, wie ich finde, sehr gut zum Hintergrund oder der Hintergrund sehr gut zu meinem Hemd, je nachdem, wie man es nähen will. Was gibt es über diese Seite zu sagen? Im Prinzip nicht viel, außer, dass sie extrem geil gemacht ist. Stalk NRW über 18, da muss ich mir auch noch einen fallen lassen, was ich davon halte. Das hört sich so ein bisschen komisch an. Ja, im Prinzip ist sie fast genauso aufgebaut wie die alte von der Guten Nuffelschei. Hier oben habt ihr halt die Startseite, wo ihr immer das Neueste, in Anführungsstrichen, Aktuellste von meinem Kanal seht, was ich so alles treibe. Dann hier über mich, das ist im Prinzip die Kopie von meinem Kanal. Das, was ich da stehen habe, steht auch hier. Da könnt ihr auch nochmal genau lesen, dass ich am 01.06.2010 auch erst angefangen habe mit dem Let's Playen. Dass ich eine private Homepage habe, die jetzt hier nicht beisteht. Ne, steht sie nicht. Okay, das könnte man vielleicht noch dazu hinzufliegen. Hm, Titanano. www.tom-dussel.de Hier oben haben wir dann die Playlists. Und hier ist mir auch was aufgefallen, der liebe Titanano. Abgeschlossenen Let's Plays. Ich weiß, also wenn ich das auch so auf meinem Kanal stehen habe, dann muss ich das wirklich verbessern. Äh, es heißt abgeschlossenen, ne, Let's Plays, Let's Shows und ich glaube Let's Play, doch, Let's Plays. Ne, Let's Play Togeathers oder Let's Play Together. Hm, wo gehört das erst hin? Egal, das werde ich noch ergründen. Hier unten habe ich gesehen, äh, mein Polo. Das, ähm, ja, ist keine Playliste, sondern nur ein einzelnes Video. Da werde ich mal schauen, dass ich das vielleicht auch in eine Playliste packe, sodass man das dann besser findet. Kannst du lieber Titanano dann hier auch diesen Link hinzufügen. Ja, wie gesagt, das hier ist alles up to date, also aktueller geht's nicht. Ähm, ich hoffe, das bleibt dazu. Hier oben der Fanclub, da möchte ich jetzt auch noch was zu sagen. Und zwar sind das exakt die Leute, die auch, äh, sich auf der alten Fanpage angemeldet haben. Und hier könnt ihr euch auch wieder neu anmelden. Das finde ich sehr schön, dass der liebe Titanano das auch aufgegriffen hat und das auch weiterführt. Denn ich finde es wirklich sehr, sehr schön, wenn sich hier User anmelden. Und vor allen Dingen finde ich es dann auch sehr schön zu lesen, warum sie mich abonniert haben hier. Warum möchtest du oder magst du NRW über 18 so gern? Das finde ich immer sehr, sehr schön, das dann zu lesen. Und, ähm, ist jetzt hier schon wieder neu hinzugekommen? Hm, Moment, ich scroll mal hoch. 32, hm. Ähm, ja, mit den Sachen, die hier umstehen, wie zum Beispiel bei Arbeiten oder, äh, okay. Mein Liebling. Also ich habe ja mal grob reingeschaut, das ist ein bisschen hier abmelden und genauso komisch. Ach, guck mal hier, da habe ich noch gar nicht gesehen. Ich bin NRW über 18, ey, das ist ja lustig, ey. Das ist hier schön. Ha, ha, ähm. Da weiß ich jetzt ja gar nicht, was ich jetzt... Okay, was heißt abmelden? Abmelden, abmelden. Okay, anmelden, anmelden. Okay, anmelden für den... Ach, okay, verstehe. Ich denke mal, hier kann man sich das dann... Hm, egal. Also ich muss mir das hier auch nochmal genauer anschauen. Wenn ihr Fragen habt, ich denke mal, der liebe Titano, du beantwortet euch diese Fragen gerne. Hier im Gästebuch freue ich mich auch schon. Ach, guck mal, hier, der Vampirgurt. Hui, eine neue Fanpage für den YouTube-Linne. Ja, siehst du auch irgendwie aus. Ah, der Andi, einer, echt gut. Ja, vielen lieben Dank für euch zwei schon mal, dass ihr euch hier verewigt habt. Ich hoffe, es folgen mehr davon. Seiteninfos, das ist jetzt... Ach so, ja, okay, die Fanpage geht offiziell online. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ha, 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 ha. Sehr schön. Jetzt bei Dropbox anmelden und den Dropbox-Account der Fanpage fördern. Oh, das finde ich richtig schön. Also ich finde das richtig schön, wenn so eine... Ja, ich sag jetzt mal, eine Sache läuft, auf die man keinen Einfluss hat, die aber im Prinzip nur mit einem zu tun hat. Also ich finde das phänomenal. Ja, und hier der Kontakt, ich denke mal, es ist klar, hier könnt ihr dann auch direkt Kontakt mit mir aufnehmen, nicht nur mit dem Titan-Nano. Und wenn ich mir hier unten schon anschaue, gesamt 45 Aufrufe innerhalb von zwei Tagen, das ist nicht schlecht. Das ist zwar noch ausbaufähig, aber es ist schon mal nicht schlecht. Ja, also, ich denke mal, mit diesem ausführlichen Video über meine schöne neue Fanpage ist es dann auch genug. Ja, das war jetzt was anderes. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Aufnahme und ich kehre zurück zu meinem Kanal. Und bedanke mich, wie gesagt, nochmal ganz, 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 ganz doll beim Titan-Nano. Du bist der Beste. Ich hoffe auf eine schöne, lange Zusammenarbeit und dass du mir weiterhin als Fan treu bleibst. Ich bin auf jeden Fall ein Fan von dir und schaue mir auch deine Videos an. Das war's. Noch eine kleine Info am Rande. Das Let's Travel Tropical Islands ist endlich abgeschlossen. Mein fünfter Teil ist online. Ich habe da zwar auch Contents drauf, aber die lasse ich jetzt, wenn es keine weiteren negativen Auswirkungen bei mir zeigt. Es passt einfach so schön vom Lied her. Schaut es euch selber an. Ähm, ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns im nächsten Let's Play. Vielleicht gleich schon mit einem Let's Play Together wieder von Calvin und mir. Denn ich möchte auch mal jetzt so langsam ein Let's Play To, äh, beziehungsweise ein Let's Play To zu Ende kriegen. Weil die Let's Plays, die ich da jetzt laufen habe, die habe ich jetzt schon seit Monaten laufen. Weil, ihr wisst es, ich hatte sehr viel andere Sachen zu tun. Mein YouTube Crash, wo alle Videos gelöscht waren. Dann die ganzen anderen Sachen. Let's Travel, ich war in Urlaub und so weiter. Ja, ich möchte auch wieder was Neues machen. Und von daher hoffe ich mal, dass ich jetzt das Let's Play Together so langsam dann auch mal zu Ende kriege. Also, in diesem Sinne, Freunde, macht was draus und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, NRW bei 18 Adieu.